herzlich willkommen zum community call des kompetenz verbund lern digital zum thema digital souverän wie können schüler innen für eine digitale lebens- und arbeitswelt befähigt werden schön dass ihr dabei seid schön dass ihr euch ganz selbstbestimmt und souverän dafür entschieden habt heute hier mit uns zu diskutieren herzlich willkommen natürlich auch an meine gäste theresa sommer und frank buchheit euch stelle ich gleich noch ausführlich und natürlich auch ganz gebühren vor vorab aber einige informationen und hinweise wie immer zum beginn des community calls in den community calls sind wir per du der call wird aufgezeichnet für alle die die nicht mit ihrem klarnamen erscheinen wollen loggt euch einfach noch mal neu ein ihr als teilnehmer innen seid stumm geschaltet im chat dürft ihr aber sehr sehr gerne eure fragen anmerkungen hinweise kommentare für uns da lassen und wir drei achten sehr akribisch darauf euch hier mit einzubinden wer nicht stumm geschaltet ist das bin ich und theresa und frank mein name ist johannes lorenz ich arbeite im kompetenz verbund lern digital in der transferstelle als leitung des broker in den teams im kompetenzzentrum musik kunst und sport und bevor wir gleich mit unseren gästen einsteigen und mit dem thema gibt es wie immer am anfang zwei kleine fragen für euch und wir starten zuerst einmal mit der frage wer heute alles dabei ist ich hoffe eine der farben spricht euch an und ihr könnt euch zuordnen und wir werfen einen kurzen blick auf die ergebnisse und die zweite frage wer ist zum ersten mal dabei ich kann die ergebnisse leider nicht sehen aber ihr bestimmt damit ihr habt ihr bestimmt einen überblick darüber wer heute hier alles mit dabei ist und ich hoffe wir genügen euren ansprüchen für alle die die neu dabei sind hoffentlich können wir euch überzeugen öfter einzuschalten und für alle die die hier schon immer dabei sind ich hoffe wir können das niveau heute halten was ihr vom community call gewohnt seid kommen wir zu unseren gesprächspartner in heute dabei sind theresa sommer du bist juniorprofessorin für die fachdidaktik englisch an der universität bamberg du hast zuvor als realschullehrerin für englisch und musik gearbeitet und innerhalb des lern digital projekt verbundes die so sgw arbeitest du an fortbildungskonzepten um lehrkräfte beim aufbau fachbezogener digitaler souveränität zu unterstützen das wirst du uns später noch genauer erklären denn allein in diesem kurzen abschnitt sind so viele fremdwörter vorgekommen und so viele abkürzungen dass alleine davon sicherlich sehr sehr viele fragen entstanden sind ebenso bei uns ist frank buchheit du bist stellvertretender referatsleiter im referat medienbildung am landesmedienzentrum baden-württemberg und arbeitest an den themen demokratie extremismus und soziale medien und entwickelst auch das schüler medienmentoren programm mit mit der sehr sehr schön klingenden abkürzung smep und dort bildet ihr die smep aus was das genau ist wirst du uns im laufe des gesprächs sicher verraten herzlich willkommen an dich theresa und an dich frank schön dass ihr dabei seid der begriff fiel eben schon digitale souveränität und es klingt ja zunächst recht technokratisch und mutet nahezu juristisch an als käme dieser begriff irgendwie aus einer verwaltungsvorschrift frank wie definiert ihr denn digitale souveränität bei euch im landesmedienzentrum baden-württemberg also zunächst haben wir keine feste definition also wir sind ja nicht im wissenschaftlichen feld unterwegs sondern wir versuchen praktische lösungen zu finden was aber bei uns immer mit dabei war war einerseits diese komponente komponente medienkompetenz mal um ganz großes anderes passwort zu nennen aber wir haben auch mit dabei dieses ganze themenfeld cyber security also auch ein paar von den fallstricken wir sind als bildungseinrichtung sonst sehr stark in diesem positiven was kann man cool ist in diesen ganzen neuen möglichkeitsräumen tun und sind aber da eben weil wir auch berufsorientierung machen und weil eben nicht jeder azubi dann einen gefundenen usb stick in das firmennetzwerk einstecken sollte halt eben dann auch dran bei den menschen die im übergang zum berufstätigkeit sind diese themen mit aufzugreifen aber natürlich auch ein paar andere themen die dann mit chancen und risiken zu tun haben was momentan gerade immer wieder sehr schön diskutiert wird ist wie gehe ich eigentlich mit online dating portalen um da kommen wir auf klassiker der medien bildung und das macht auch sehr viel spaß darüber zu diskutieren sehr gut chancen und risiken des online datings das sehe ich schon quasi als unterschlagzeile der heutigen veranstaltung damit haben wir eigentlich schon catchy titel gefunden eben viel auch schon der begriff theresa medien bildung und medien kompetenz diese begriffe gibt es ja digital literacy dazugehörige medien kompetenz rahmen curricula und so weiter welches verständnis von digita digitaler souveränität bestimmt bei euch die forschung und wie unterscheidet sich das jetzt von medien kompetenz und medien bildung ja das ist eine gute frage also wir sind an der universität bamberg mit fünf teil projekten beteiligt im rahmen von lernen digital und zwei davon einmal diese sgw hattest du angesprochen und die es einmal geht es um digitale souveränität in sprachen gesellschaft und wirtschaftswissenschaften in dem anderen größeren verbunden projekten um digital ist dieses ästhetische souveränität das heißt in diesen beiden verbunden projekten ist der begriff digitale souveränität sehr präsent und für uns im rahmen jetzt auch das projektantrag sich kann jetzt von die für diese sgw erst primär sprechen war von zentraler bedeutung dieses konzept der digitalen souveränität was sehr breit ist und gewissen rahmen ein rahmen modell oder rahmen konzept uns bieten kann um breiter an gewisse fragestellungen ranzugehen auch aus fachspezifischer perspektive für uns ja meines erachtens durchaus auch sehr geeignet weil sich digitale souveränität zum einen jetzt nicht primär auf das individuum besprengt und konkrete digitale kompetenzen sondern gleichzeitig auch gesellschaftliche aspekte berücksichtigt und eben die individuelle und gesellschaftliche perspektive miteinander verbinden lässt und es gibt ja von grunde verschiedene grundlagenschriften eine häufig zitierte auf die wir auch eingehen auch im rahmen des projektes eben die so sgw ist das die grundlagenschrift auch das aktionsrats bildung wo ja digitale souveränität auch mit als übergreifendes ziel digitaler bildung aufgeführt wird und dann gibt es jetzt bei uns sowohl im projekt also ich kann jetzt vor allem für das projekt die so sgw mit auch sprechen gibt es jetzt bei uns und da sind wir auch das große potenzial die möglichkeit zu überlegen wie man dann konkret auch diesen fachspezifischen aspekt innerhalb eben der verschiedenen fächer ob das jetzt in meinem fall englisch und fremdsprachen sind oder auch deutsch oder gesellschaft wissenschaftliche fächer um dann zu gucken wie man diesen begriff freemen kann und wie man ihn konzeptionalisieren und dementsprechend auch erforschen kann und ich denke für mich sind da zwei aspekte sehr wichtig wenn wir jetzt von digitaler souveränität sprechen dass es einmal natürlich der funktionale begriff also das ist ja auch so das medien mediendidaktische oder beziehungsweise medien bildung häufig auch mit impliziert eben das funktionale der umgang mit technischen medien aber das ist natürlich noch lang nicht alles und auch nicht der zentralste aspekt sondern der zweite punkt der sehr wichtig ist meines erachtens wenn wir von digitaler souveränität sprechen ist auch ich würde es nennen ein kritisch reflexiver aspekt beziehungsweise diese beiden domänen also funktional und kritisch reflexen das heißt zum einen natürlich müssen und wir können ihn jetzt von der perspektive von lehrkräften ausgehen oder eben von schülerinnen und schülern müssen dazu befähigt werden mit gewissen digitalen technologie mit digitalen medien bestimmten apps und so weiter umzugehen das ist einmal das funktionale und darüber hinaus aber natürlich in einer sich sehr schnell stark dynamisch veränderten digitalen welt auch in der lage sein gewisse inhalte zu analysieren und auch kritisch zu reflektieren und deswegen sind das so die zwei punkte die groben domänen würde ich jetzt mal sagen die sehr wichtig sind und die sich dann auch bei uns in verschiedenen teilprojekten in bamberg und dann natürlich auch noch in anderen universitäten mit denen wir zusammenarbeiten wiederfinden und da sind wir gerade dran also es ist auch keine einfache frage wir sind gerade dran eben für verschiedene fächer und dann auch für ganz konkrete fragestellungen in den teilprojekten diesen begriff auszudifferenzieren um auch wege zu finden wie man das dementsprechend dann auch im kontext der lehrkräfte fortbildungen die wir entwickeln und auch beforschen dann so zu operationalisieren dass wir damit gut arbeiten können im rahmen ist dass er lernen digital verbund und der verschiedenen kompetenz bereich aber ich halte erst mal für uns drei zumindest fest unser coming ground ist chancen und risiken und in diesen chancen sind ja es steckt ja viel technische souveränität also du hast gesagt frank die coolen sachen die man machen kann also tatsächlich die potenziale vor allen dingen in der anwendung der technischen potenziale stecken mitgestalten selbstständig sein selber produzieren aber eben auch in den risiken und dazu gehört ja einfach ein kritisches verständnis eine kritische reflektion also ich habe das gefühl wir drei sind da relativ nah beieinander und haben da relativ klaren common ground was digitale souveränität angeht und bei diesem begriff bin ich dann noch mal darüber gestolpert und und will mit euch einmal die frage stellen gibt es denn überhaupt noch eine souveränität die nicht auch digital also zumindest in teilen digital ist also teresa kannst mich gerne unterbrechen und rausgrätschen aber wenn ich jetzt gerade mit fokus auf junge menschen antworten darf die gym studie hat gesagt die sind 224 minuten außerhalb des schulischen unterrichts sowieso alle online dann wird diese frage zunehmend akademisch weil das leben einfach nicht mehr sich aufteilen lässt in online offline oder so irgendwas sondern das leben ist etwas was in beiden feldern oder domänen passiert und über die grenzen hinweg insofern kann ich das thema souveränität kaum noch thematisieren ohne die beiden hemisphären mit zu debattieren ich würde dir dazu stimmen du bist auf die gym studie eingegangen und diese 224 minuten zeigen ja auch mitunter dass im endeffekt jugendliche und ich denke da müssen wir auch anfangen also wir sprechen natürlich jetzt würde ich mal sagen erstmal aus perspektive bildung erziehung unterricht in deutschland und das ist natürlich jetzt die perspektive die wir einnehmen wir sprechen nicht für europa und wir können uns auch nicht herausnehmen für die welt zu sprechen wenn wir jetzt aber für unseren sage ich mal europäischen oder deutschen kontext sprechen denke ich ist das ist das sehr sehr wichtig ja durchaus ich meine in der gym studie du bist darauf eingegangen frank war ja auch mitunter dann ein ergebnis was wenig überrascht sicherlich ist dass messenger und social media sehr beliebt sind unter unter jugendlichen 94 prozent beispielsweise nutzen whatsapp regelmäßig instagram nutzen über die hälfte regelmäßig tik tok mitunter auch und dementsprechend natürlich sind jugendliche und kinder von digitalisierung und von diesen dynamischen entwicklungen extremst betroffen in ihrer freizeit wir müssen nur uns umgucken was teilweise auch jüngere kinder schon welche geräte sie in der hand haben mit welchen inhalten sie konfrontiert werden und felix stadler spricht spricht ja auch nicht umsonst von einer kultur der digitalität in der befinden wir uns und die geprägt unsere kommunikation unser zusammenleben unser verhalten unsere denkmuster unsere denkweisen unsere verwendung von sprache und dementsprechend ja würde ich sagen deswegen eignet sich auch dieses dieser begriff der digitalen souveränität besonders gut weil es eben nicht nur reduziert auf einzelne kompetenzen sondern eben auch die gesellschaftliche perspektive mit in den blick nimmt und ich denke ja dass das dementsprechend ein sehr zielführendes sehr zielführende ansatz sein kann sowohl in unterrichtspraktischen als auch in fachwissenschaftlichen diskussionen um eben auch diese lebensrealität von jugendlichen ernst zu nehmen und darauf daran dann auch anzuknüpfen ich denke dass es ist sehr wichtig eine anmerkung oder ergänzung ich weiß wir haben wenig zeit aber jugend ist ja auch die phase wo ich mich selbst finde selbst definiere und wo ich dann eben auch anreize von außen bekommen und diese phase der des findens wer bin ich denn eigentlich wo will ich denn eigentlich hin bis mittlerweile von medialen einflüssen nicht mehr zu trennen und deswegen ist es wichtig dass pädagogische einrichtungen eben da auch das mit thematisieren um dieses kritisch reflektierte bewusstsein auch zu fördern souverän sein heißt eben auch in der kultur der digitalität so hast du es eben noch mal diesen diese begrifflichkeit genannt die wir alle orten hören theresa heißt eben auch in digital in der digitalen welt souverän sein und es bedeutet eben auch identitätsstiftend zu überlegen kritisch reflexiv welche teile der digitalen welt haben einfluss auf mich und welche eben auch nicht so hast du es eben beschrieben wenn wir einen schritt weiter gehen und überlegen dass man wenn man souverän handeln will und das scheint ja die maxime zu sein denn ich habe noch mal gegoogelt was das gegenteil von souverän wäre und das ist dann unsicher getrieben unprofessionell oder vielleicht auch das sehr sehr schöne wort verdattet das scheint nicht die handlungsmaxime zu sein sondern klar ist okay also souveränität dass das scheint die handlungsmaxime zu sein und um souverän handeln zu können muss man so unterstelle ich jetzt einfach mal ganz keck ein solides sicheres fundament an informationen wissen und können haben um sein handeln daran auszurichten theresa du bist wissenschaftlerin dein gebiet ist die evidenz jetzt leben wir aber so liest man auch aller orten in postfaktischen zeiten gibt es deiner meinung nach denn noch dieses solide oder ein solides sicheres fundament bezüglich bildung und digitalisierung dass politiker in bürger in eltern lehrer in schüler innen sich aufbauen können worauf fußt dieses fundament eventuell also gibt es den common ground den wir drei eben in den ersten fünf minuten ja schnell recht schnell gefunden haben also das jetzt eine sehr allgemeine frage gibt es den common ground jetzt aus fachwissenschaftlicher perspektive wenn wir uns umsehen welche modellentwicklungen es gibt sei es angefangen von dem europäischen referenzrahmen mit digitale kompetenz der die verschiedenen stufen und auch die domänen von digitalen kompetenzen beschreibt was dann adaptiert wurde für verschiedene bundesländer in digital bavaria gibt es zum beispiel jetzt in bayern eine fassung davon dann würde ich sagen gibt es im bildungskontext natürlich einen common ground beziehungsweise man ist bemüht oder bundesländer sind bemüht einen common ground zu schaffen um dementsprechend auch lehrkräften eine orientierung an die hand zu geben zu sagen da sollte die hier das ist quasi der weg den wir vorgeben diese stufen gibt es überlegt mal auf welcher stufe befindet ihr euch in den verschiedenen dimensionen von digitalen kompetenzen allerdings ist jetzt in fachwissenschaftlichen diskussionen bzw bildungspolitischen diskussionen primär ja die rede von digitalen kompetenzen deswegen ich denke dort gibt es einen gewissen common ground aber durch die rasante veränderungen sei es jetzt im bereich von jack jack gpt und ki oder auch in technologischen weiterentwicklungen im bereich von virtual reality das ist jetzt ein bereich mit dem wir uns in der englisch didaktik intensiv beschäftigen nehmen die entwicklungen so schnell zu dass eben die fachwissenschaftlichen konzepte auch und fachdidaktisch unterrichts methodischen vorschläge und konzepte ein stück weit natürlich hinterher hängen weil die technischen entwicklungen immer die sind die vorangehen dementsprechend müssen wir alles eben und das tun wir ja jetzt auch im kontext von lernen digital alles tun und da am ball zu bleiben und auch fachspezifisch zu sehen und zu gucken wie können wir daran andocken und was können wir wie forschungsbasiert und theoriegeleitet entwickeln und sinnvolles beitragen um eben sicherzustellen dass wir unsere kinder und jugendlichen in den verschiedenen fächern in unterschiedlichen schulformen darauf vorbereiten digitale kompetenzen oder eben digital souverän zu werden und ich denke da können wir aus aus perspektive der wissenschaft gerade jetzt auch in dem kompetenz verbund einen sehr großen beitrag leisten eben indem wir fachspezifisch vorgehen und uns ganz konkret konkrete forschungsfragen fragestellungen ansehen und dementsprechend an der praxis also in lehrkräfte fortbildungsmodulen dann forschungsbasiert vorgehen und lehrkräfte fortbildungsmodule entwickeln das ist ja das was wir alle tun und wir sind beispielsweise jetzt auch in der englisch didaktik das sehr nah dran an der praxis wir hatten jetzt letzte woche zum beispiel im workshop zu dem wir jugendliche eingeladen haben aus verschiedenen schulen um die module die wir in dem seminar erst mal entwickelt haben mit ihnen auszuprobieren etwas besuchen dann in ein paar wochen schulen hier vor ort um unsere module die wir entwickeln unsere sequenzen oder ausschnitte davon an schulen auszuprobieren also ich denke da da ist gibt es ein potenzial und da ist es aber wichtig dass die wissenschaft ganz eng mit der schulpraxis auch zusammenarbeitet und ein sehr enger austausch hier stattfindet dass es eben nichts ist was die was wissenschaftler innen in der theorie entwickeln oder mit sehr komplexer sprache und komplexen modellen entwickeln die nicht verständlich sind für die praxis vielleicht auch nicht verständlich sind für lehrkräfte und dementsprechend auch wenig anerkennung in der schulpraxis ich sehe da durchaus die theorie und praxis als sie brauchen einander ja also ich glaube wir brauchen es nicht gegenüber stellen sondern es gäbe beides ohne das andere im schulischen und didaktischen kontext nicht ja und dementsprechend würde ich sagen ist das ein common ground der den es gibt beziehungsweise an dem wir aber auch natürlich weiter gerade dabei sind den auch mitzuentwickeln Theresa hat jetzt gesagt also auf der grundlegenden ebene sieht sie auf jeden fall den common ground in der differenzierung der fachdidaktik wird es dann ein bisschen verästelter und da muss es sozusagen zu abstimmungen zwischen wissenschaft und praxis geben kommen und und sozusagen die ko konstruktion muss an dieser stelle gut funktionieren gibt es etwas was euch im landes medienzentrum leitet gibt es was was euch orientierung und richtung gibt denn eure arbeit ist ja eben genauso verantwortungsvoll Theresa hat eben von kontakt mit schülerinnen und schülern gesprochen auch ihr habt ja direkt einfluss auf das wie die sich am nächsten tag eventuell verhalten oder verhalten können was gibt euch orientierung viel also was uns wenig orientierung gibt und da also sorry ich habe irgendwann soziologie studiert und habe gelernt modernisierung hat immer auch mit entfremdungs phänomenen zu tun und dinge die früher mal funktioniert haben funktionieren jetzt irgendwie nicht mehr so toll und wenn wir von dieser wuka welt der volatilen unsicheren komplexen und mehrdeutigen welt mal so weiter denken wir den konzepten von früher dann fehlt uns wirklich tatsächlich die orientierung deswegen sind für uns future skills und so weiter ich kann das ausführen ich wollte nur einfach das nun mal so als problem vielleicht kommen wir haben noch einmal drauf also insbesondere auch resilienz aufmerksamkeit anpassung transparenz etc wichtig also dinge die sozusagen auf ihren meter ebene sind weil in einem flächenland wie baden-württemberg kann es sein dass ich die gleiche achte realschulklasse habe die sich aber im hochschwarzwald ganz anders anfühlt als in zentralen mannheim bedeutet wir setzen weniger drauf jetzt feingliedrige unterrichtskonzepte zu entwickeln die dann auch funktionieren sondern wir setzen eher drauf mit diesen meta dingen chancen zu ermöglichen eher dinge in unterricht einzubringen wie problemlösungs skills dass wir haben gerade letzte woche nur weil es gerade um letzte woche ging hatten wir drei tage lehrer fortbildung da wo wir für die grundschule verschiedene lego experimentiersets eingeführt haben und mit einem didaktisch sehr wertvollen material was uns wieder gespiegelt wurde dann die leute in der grundschule zum tatsächlich programmieren anleiten halt dann eben mit scratch und mit lego und sonst irgendwas um diese problemlöse kompetenzen in vordergrund zu ziehen die dann eben aber im sachkundeunterricht genauso gut funktionieren wie in deutsch oder in mathematik jetzt von der grundschule ausgesprochen oder wie die ganzen fächer verbünden dann in der sekundarstufe irgendwo heißen also deswegen würde ich sagen wir sind eher an diesen gesamtentwicklung es gibt nicht mehr so dieses schulbuch das ich aufschlagen kann da steht alles drin so muss ich einfach nur eins zu eins umsetzen sondern ich muss als lehrkraft als pädagogische kraft habe ich eben in diesen ganzen fluss einbringen muss akzeptieren dass teilweise vor mir schülerinnen und schüler sitzen die dem ein oder anderen thema tiefer drin sind als ich damit verändert sich die rolle aber in dieser veränderten position kann ich trotzdem auch als lehrkraft sehr souverän wirken indem ich es einfach umarme und was draus mache mehrfach ist der begriff kompetenzen gefallen und auch in dem teaser text für die heutige veranstaltung werben wir damit dass wir über die erforderlichen kompetenzen heute sprechen und ich finde ganz schön frank dass du das eben schon angesprochen hast du hast von so einer meter ebene gesprochen und ich habe ein youtube video von vom landesmedienzentrum baden-württemberg gesehen in dem deine kollegin katrin müller nämlich auch davon spricht dass es weniger um fakten wissen sondern mehr um die vermittlung von kompetenzen geht und die dann aufgezählten finde ich absolut relevant sind aber in den listen die ich so kenne nicht unbedingt absoluter bestandteil der kompetenz auflistungen und sie nennt empathie resilienz kreativität und neugierde und du hast eben schon so ein bisschen darauf angespielt kannst du noch mal sagen warum diese vier so zentral sind für euch in den klassischen also es gibt ja mehrere ansätze zum thema future skills oder etc also viele sammlungen was immer drinsteht in allen sind soziale und kommunikative fähigkeiten weil wir auch in einer lebens- und arbeitswelt der zukunft immer in irgendwelchen teams zusammenarbeiten in internationalen über video konferenzen zusammengeschalteten ohne empathie funktioniert das weiß jeder denn seit corona öfters in video konferenzen saß funktioniert das ganze nicht also manche basics verlieren ihren wert nicht sondern haben tatsächlich auch über die ganze digitalität hinweg gewonnen dass wir uns als menschen gemeinsam kreativ an probleme setzen in verteilten rollen gemeinsam probleme auch lösen und das sind eben genau diese übergreifenden kompetenzen die wir in digitalen räumen auch bereits schon im schulkontext trainieren können starten können unterstützen und fördern können die dann wahrscheinlich in der zukunft von der wir heute noch nicht wissen wie sie zukünftig irgendwann aussieht mit großer wahrscheinlichkeit von großer relevanz sein werden also wenn ich gerade mal wieder ein kleines baden-württemberg statement abgeben darf mache ich gerne baden-württemberg sind immer sehr gerne dabei über der land zu sprechen aber in einem land das stolz darauf ist zumindest früher mal eine sehr hohe dichte an innovationen zu haben an diese diese tüftler mentalität da werden wir all diese future skills eben auch brauchen um das in einer globalisierten welt fortführen zu können aber halt eben nicht als insel der glückseligen hier zwischen dem schwarzwald und moon löschen sondern in einem inter in einer internationalen community wo wir dann natürlich auch mit allen kontinenten im austausch sind insofern diese future skills wie auch immer sie definiert sind alles bestandteile davon von dem was wir zum aktuellen stand mit hoher wahrscheinlichkeit vermuten was in zukunft die leute im privaten aber auch im ökonomischen feld als skills mitbringen sollten um dort bestehen zu können also future skills da stecken ja total viele humane kompetenzen drin die sozusagen auch in der welt der digitalität einfach geltung und bedeutung haben auf denen dann in meinem verständnis aufbauend aber differenziertere kleinteiligere kompetenzmodelle aufbauen die dann und das ist dann dein gebiet theresa in der fachdidaktik sozusagen weiterentwickelt werden was sind deiner meinung nach herausforderungen vor denen schüler innen heute in der digital geprägten welt stehen und welche kompetenzen benötigen sie deiner meinung nach um mit diesen herausforderungen umzugehen ja es gibt einmal gewisse also mickey hockley spricht von er hat ein sogenanntes digital risks great entwickelt also verschiedenen risiken aufgezeigt die sich im kontext von digitalen lernen und lernen ergeben und führt dann dinge auf die mit denen wir uns allen sicherlich auch denen wir begegnet sind sowas wie verstörende inhalte online denen lernende begegnen können kinder und jugendliche cyber mobbing digital divide auch inklusion also eine mangelnde repräsentation beispielsweise von diversität und eine vermehrte darstellung von stereotypen in digitalen texten in die in bildern in der online welt auch physische und mentale gesundheit führt sie auf mit als risiko und natürlich auch themen rund um die datensicherheit also all das sind risiken die sie jetzt aufführt für lehrkräfte aber das sind natürlich auch risiken für lernende frank wird es vorhin die gymstudie auch erwähnt auch von der gymstudie wissen wir beispielsweise dass allein von sexueller belästigung jedes dritte mädchen betroffen ist online und jeder vierte junge und hinzu kommt auch dass jeder fast jede vierte schülerin oder jeder vierte schüler angeht ungewollt pornografischen mit pornografischen inhalten konfrontiert zu werden also das ist die lebensrealität von jugendlichen und kindern heute und ich denke das sind alles gefahren die wir sehr sehr ernst nehmen müssen und dementsprechend ist natürlich wenn wir von digitaler souveränität oder jetzt wenn es ums individuum geht um schülerinnen und schüler geht natürlich sicherheit und safety issues eine große eine wirklich wichtige facette wo wir aktiv handeln müssen um lernende wirklich auch und jugendliche und kinder zu schützen etwas wenn es jetzt konkreter um unterrichts fragen geht und fachdidaktische fragestellungen jetzt insbesondere im kontext des fremdsprachenunterrichts auch in bezug wo ich eine verbindung sehe zu frank was du jetzt meintest mit eben den fosys oder future skills sind denke ich zwei dimensionen auch von digitalen kompetenzen die mir sehr zentral erscheinen das ist einmal die kreative dimension das lernende mitunter nicht nur auch rezeptiv aufnehmen sollten oder texte lesen sollten sondern wirklich auch kreativ produktiv handelnd werden also dazu quasi ausgestattet werden sollen dass sie kreativ handeln werden können eigene digitale inhalte erstellen können ihre kreativität dementsprechend nutzen um sich in online diskursen auch zu beteiligen das wäre diese kreative dimension die denke ich sehr wichtig ist dass man ihnen dementsprechend auch etwas macht zuschreibt und sie auch erkennen dass sie eine wichtige rolle spielen nicht nur in der realen analogen welt sondern auch eben in der digitalen welt oder beispielsweise auch sozialen medien und das andere ist was ich vorhin schon meinte im hinblick auf digitale souveränität das ist diese kritisch reflexive dimension das lernende will lernen wirklich inhalte zu bewerten dass sie erkennen okay welche welche perspektive wird repräsentiert in diesem bild oder in diesem post den ich lese wer steckt dahinter warum postet diese person das und zu welchem zweck wer wird vielleicht ausgelassen wird hier jemand diskriminiert werden wir stereotype verbreitet all dieses sind aspekte die wir jetzt in auch englisch didaktischen kontexten mit oder critical literacy bezeichnen würden und ich denke da ist ein müsste ein ganz zentraler fokus drauf gelegt werden auch in schulischer bildung weil das ist nichts mit dem wir geboren werden also ich wache nicht auf oder bin geboren und bin critically literate als mensch nein das ist was was schülerinnen und schüler lernen müssen sie müssen lernen diese fragen zu stellen dass wenn sie online unterwegs sind auch diese fragen stellen können um immer wieder kritisch zu bewerten was sie sehen was sie hören und was sie lesen und das ist für mich mit einer der zentralsten aspekte und dazu gehört dann beispielsweise auch dass die bilder dass die texte aber auch spiele sie beispielsweise online spielen oder let's play videos sind ja sehr beliebt auch unter jugendlichen dass sie dort immer wieder auch kritisch reflektieren indem ich dieses video schaue gebe ich ja dieser person die das video erstellt hat eine macht so was macht denn die person warum macht die das welche informationen inhalte und welche werte vermittelt die person in diesem kontext und möchte ich das unterstützen indem ich das video ansehen und wenn ja dann muss ich wissen warum ja und wenn nicht dann muss ich das begründen können und ich denke das ist eine eine schwierige aufgabe aber da ist es sehr dienlich wenn auch fächer interdisziplinär vorgehen und zusammenarbeiten und lehrkräfte das in unterschiedlichen fächern auch mit einbeziehen und insbesondere der sprachen und fremdsprachenunterricht eignet sich natürlich in besonderer weise weil auch sprachbewusstheit ja auch eine zentrale rolle spielt also wie gehe ich mit sprache um wie schaffe ich es jemanden zu überzeugen von meiner meinung durch die wahl meiner worte und so weiter das sind aspekte die dort ja auch mit thema sind ja letztendlich denke ich es ist wichtig dass lernen dass somit auch diese social agents auch auf agents of social change werden können und wirklich wissen sie können auch durch ihr bewerten und durch ihr handeln auch einen beitrag zur gesellschaft leisten genau das würde ich gerne noch unterstreichen wollen also wir haben seit dem 7 oktober letzten jahres mitbekommen dass mediale welten halt auch sehr emotionalisierend sein können und wenn wir diese reaktionen auch mitverfolgen grüße gehen raus an jugendschutz.net und klicksafe die da jetzt auch gerade aktuell neue studien rausgebracht haben dann erfahren wir einfach dass die lebenswelten junger menschen auch mit diesen emotionen die da transportiert werden stark zu kämpfen haben es existieren plötzlich nennen wir es einfach mal tik tok gewalt darstellungen die unverpixelt auf schüler handys hernieder prasseln mit denen die nicht wirklich umgehen können die selbst erwachsene verstören es kommen sehr extreme meinungen über verschiedene kanäle herein geflattert und deswegen ist auch weil wir annehmen dürfen nach dem ukrainekrieg haben wir das erste mal erfahren jetzt spätestens mit dem nahauskonflikt das zweite mal das kommt auch bei sehr jungen kindern und jugendlichen an und da diese distanz zu haben und andererseits eben auch nicht ein binge watching von schlimmen dingen irgendwo zu beginnen also auch eine distanz herzustellen sich auch bewusst rausnehmen zu können um einen kritisch reflektierten bezug zu den dargebotenen inhalten und den dahinterstehenden fragen zu entwickeln finde ich ist eine sehr wichtige geschichte und spätestens als schule stolpert man dann wieder darüber wenn es irgendwelche challenges gibt wo man irgendwie schuleigentum zerstören muss oder weiß der geier was tun muss diese dinge haben durchaus reale auswirkungen es kam jetzt gerade letzte woche zwei studien raus zum thema anti muslimischer rassismus beziehungsweise zum thema antisemitismus die beide seit dem oktober komplett durch die decke gegangen sind das sind unter anderem auch die jungen menschen die dann in klassenzimmern vor allem sitzen die damit mit diesen wirklichkeiten zu tun haben schule wäre schlecht beraten das nicht aufzugreifen also die gemengelage ist uns glaube ich klar es geht um kritische rezeption es geht aber auch um selbstwirksame produktion also das erleben von selbstwirksamkeit und das alles beides rezeption und produktion in einem raum der sicherheit darstellt ganz besonders für schutzbefohlen ganz besonders für die die schutz bedürfen nämlich für kinder und jugendliche jetzt mal konkreter von der gemengelage ausgehend konkreter geguckt in was machen wir jetzt also wie gehen wir damit um die gemengelage des ist uns eben noch mal deutlich geworden ist komplex vielschichtig und vor allen dingen für uns als erwachsene ja oft eben auch schon wirklich komplex in teilen überkomplex was sind jetzt zum beispiel frank die angebote des landen des landes medienzentrums um da tatsächlich stärkend einzuwirken was sind ganz konkrete programme was macht ihr ganz konkret damit man ein bild bekommt wie man jetzt mit dieser überkomplexen gemengelage umgehen kann das können jetzt mehrere punkte werden ich versuche mich mal zu konzentrieren wir haben ziemlich viel am start was in dieses thema reingeht mit in und über medien kompetenz aufzubauen fangen wir einfach mal an mit dem basis großmedienbildung der bei uns in der sekundarstufe in allen schulformen vertreten ist wo wir materialien mudel kurse etc pp anbieten gehen dann weiter über verschiedene mentorenprogramme da erwähne ich rein zufällig jetzt mal schüler medienmentoren programm was wollen auch schon mal angeteasert wurde was wir jetzt in die oberstufe auch ausweiten wo wir versuchen eben mit tier education ansätzen ranzukommen um die themen junger menschen auch von tiers ansprechen zu können ist eine gewisse challenge geht dann weiter zu bitte was wo tatsächlich dann das themenfeld hasse und ähnliche phänomene angesprochen werden aber eben auch in formaten und mit medienmethoden die für junge menschen nicht so weit weg sind wie das jetzt ein altertümlicher buchunterricht wäre sondern dann gibt es als eine hip hop aktivität wo man gemeinsam einen text schreibt zu diesem ganzen thema um sich dann auf die weise literarisch mit der ganzen geschichte zu beschäftigen oder man dreht ein stop motion film mit einem drehbuch das man vorher entwickelt hat sind also sehr viele dinge die in die richtung gehen wir haben eine eigene hochaktive sparte die sich mit games beschäftigt und in dem feld unterwegs ist blocker lot ist das stichwort weil es jemand googeln will ein bisschen eigenwerbung wenn man das so aufzählt aber es sind verschiedene ansätze wo wir versuchen mit in und über medien zu lernen und zwar so dass es insgesamt auch spaß macht das ist glaube ich eine wichtige motivationsquelle nicht als gamification dass wir halt ebenso wie immer wieder ein spaß häppchen reinschmeißen sondern möglichst selbstläufig dann junge menschen gestalten zu lassen was sie da lernen wollen die türen so zu sagen aufzumachen und da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf bei dem schüler medienmentoren programm das hat natürlich gewisse vor und nachteile aber einer der vorteile ist dass diese medienmentorinnen und mentoren dass sie sehr nah dran sind und aktuelle diskurse sehr gut mitverfolgen auch weil sie in ähnlichen medialen feldern unterwegs sind und das einfach dann etwas anderes ist mit plus minus gleichartigen menschen über die dinge zu reden das ist so ein bisschen so eine attitüde die wir insgesamt für das landesmedienzentrum versuchen zu kultivieren da den um es auf englisch auszudrücken denn etwas fresheren unterricht anzubieten bleiben wir einmal ganz kurz da bei diesem peer to peer ansatz weil da ist sehe ich quasi einen unterschied wie man vielleicht anders auch an jugendliche herankommt in dem ja vielleicht die street credibility von gleichaltrigen von peers bei der belehrung so wie es ja oft von erwachsenen dann rüberkommt einfach anders andockt bei jugendlichen was für erfahrungen habt ihr da gemacht frank wie nachhaltiger oder wie nachdrücklicher sind vielleicht auch die lessons die man von peers lernt das ganze hat immer vor und nachteile also ich fange jetzt mal mit dem klassisches erörterungsformat mit den nachteilen an um nachher bei den vorteilen zu landen natürlich sind begrenzte pädagogische fähigkeiten dass keine fachlich fundierte ausbildung bei den leuten mit dabei ja wissen wir da machen wir deswegen ja auch die ausbildung und wir haben begleitende lehrkräfte die da mit unterstützen wir sind mit den kreis medienzentren auch eng dran und können unterstützung liefern um diese potenziellen nachteile eben möglichst abzufedern es gibt aber viele vorteile wenn ich weiß nicht frage einfach mal in die runde rein wer kennt any the duck und den skandal der neulich um sie um entwickelt wurde kann man nachschlagen mittlerweile gibt es auch ein spiegelartikel dazu es geht um influenza und die kriege die da bei den influenzern hoch und runter gehen falls lehrerinnen oder lehrer anwesend sind oder andere pädagogische mitarbeitende hier auch bei der zuhörerschaft sie können mal einfach mit dazu also die klienten kunden schülerinnen und so weiter fragen mit denen sie zu tun haben any duck skandal dürfte wahrscheinlich den leuten bekannt sein ich verwende es einfach nur als beispiel diese themen die junge menschen ja beschäftigen wie gehen wir um mit diffamierung im netz wie gehen wir um mit mobbing geschichten im netz bei any the duck gab es noch einige kommentare die auf ihre rolle als frau und so weiter eingegangen sind das sind themen die so oder so schon präsent sind das sind 224 minuten wo junge menschen aktuell zwischen 12 und 19 deutsch im studie sowieso online unterwegs sind das sind themen die dort aufgeworfen werden die auch die frage mit stellen wie gehen wir im gemeinsamen miteinander miteinander um und da haben eben die jungen menschen den vorteil dass sie etwas weniger cringe rüberkommen wie wenn ich als weißhaariger älterer mann das eben von der klasse eben anbringe aber ich kommt auf ganz ähnliche diskussions inhalte und themen und so weiter die daneben besprochen werden und das ist eben der punkt deswegen wir da gerne auf diese education setzen letzten endes profitieren die alle auch selbst davon weil sie eben genau diese kompetenzen von denen wir vorhin gesprochen haben darüber auch weiterentwickeln aber wir schaffen einfach einen anderen zugang und versuchen gerade eben auch mehr in der oberstufe dann wenn leute etwas auch rhetorisch solider drauf sind mehr in moderierende formen zu gehen dass eben nicht die inhalte vorher bestimmt sind sondern eben die schüler medienmentoren in der oberstufe mehr über eine moderation die erfahrung und kompetenzen von den leuten auch aufgreifen und zulassen die in der klasse sind weil sie ja eben experten ihrer eigenen präsenz sind und expertinnen und das ist ja eine wunderschöne sache wenn man von gleichaltrigen expertinnen und experten dann eben noch was mitnehmen kann das kommt anders an wie wenn das in würde erkraute menschen an der tafel vorne machen das alles das lesen wir jetzt auch wieder aus dem was du gesagt hast fragen findet ja im netz statt im internet und ich sage bewusst netz weil netz eben auch so verzweigt klingt und wenn man das internet jetzt als eine art digitalen metatext versteht dann kann man digitale souveränität ja als text souveränität verstehen und das klingt jetzt unheimlich schlau kommt aber leider überhaupt gar nicht von mir sondern ist eben ein anders mit dem du arbeitest theresa und der finde ich da ganz gut andockt an dem was frank gesagt hat weil es eben immer wieder darauf zurückgeht wie liest man das internet und wie liest man all die produkte die man eben auch als textprodukte im internet sehen kann wie liest man die und wie geht man damit was bedeutet digitale text souveränität und was bedeutet es für dich für dein fach englisch also digitale text souveränität wurde vor allem jetzt auch aus der deutsch didaktik kommend mit konzeptionalisiert und hier entwickelt welche dimensionen das mit beinhalten kann ich hatte vorhin schon auf diese unterscheidung zwischen rezeptiv und produktiv hingewiesen das spiel war dabei natürlich eine rolle also einmal die rezeptive vorgehensweise und produktive vorgehensweisen bei dem umgang mit texten und um jetzt dabei zu bleiben und dann kommen natürlich auch noch verschiedene ebenen wie hier die semiotische semantische ebene hinzu sowie auch eben funktional und ethische nutzung das sind alles aspekte die jetzt beispielsweise freda king mit aufführt kolleginnen in der fremdsprachen didaktik wird der piebruck annika jansen haben jetzt jüngst ein paper geschrieben auch zu digitale text souveränität im kontext vom umgang mit fremdsprachlichen texten und der kommunikation worum es geht ich könnte jetzt mal ein beispiel nennen ganz allgemein didaktisch jetzt was sprachenunterricht angeht ist beispielsweise begegnen lernenden wenn jetzt bei dem thema social media bleiben verwenden jugendliche häufig kanäle oder apps wie beispielsweise instagram hier gibt es zum beispiel neue text formen die sich hier entwickelt haben es gibt so genannte insta poets also insta poems sprich gedichte die influenza innen auf instagram veröffentlichen rupi kow wäre hier als ein beispiel mit zu nennen sie ist sehr bekannt hat sehr sehr viele follower und hat beispielsweise im 2015 also ist eine indisch-kanadische schriftstellerin hat beispielsweise 2015 viel aufmerksamkeit erhalten dadurch dass sie ein foto also das ist jetzt erstmal nicht um gedichte sondern das war das was sie auch mit berühmt gemacht hat ein foto veröffentlicht hat von einer voll bekleideten menstruierenden frau was dann weggenommen wurde also runtergenommen wurde von instagram mit dem hinweis ja das entspricht nicht unseren guidelines und wie sie sehen hier gut und diese frau auf einem blutbefleckten bett liegt aber dann wiederum haben instagram user dann am anschluss im online diskurs auf insta thematisiert wie das jetzt endlich deput detabuisiert hat dass quasi frauen bluten und dass die menstruation jetzt präsenter ist also das ist nur mal als ein beispiel von von dingen die auf instagram passieren und die dementsprechend auch aufmerksamkeit erhalten von userinnen jugendlichen in dem in diesem kontext und im englisch unterricht ist es natürlich jetzt und das ist meine perspektive als englisch didaktikerin natürlich von interesse a sich im rahmen eines prinzips der lernenden orientierung an interessensgebieten und auch an themen und auch an texten und in dem fall social media plattformen zu orientieren die aus der welt der lernenden kommt das heißt zum einen social media instagram als quasi kanal und auch die texte die sich daraus ergeben sei es jetzt dieses bild zu einem kontroversen thema oder insta poems die wundbekar nach wie vor regelmäßig veröffentlicht wo sie ganz kurze texte mit einfachen schwarz weiß zeichnungen verbindet und dementsprechend botschaften rausschickt an ihre follower in der in der in auf instagram bietet das eine möglichkeit digitale text souveränität unter lernenden mitzufordern zu entwickeln das heißt sie können beispielsweise die verschiedenen multimodalen elemente des textes analysieren sie verwendet in diesen insta poems text also geschriebenen text aber auch bilder dann kommentieren userinnen was dazu das heißt wir haben hier verschiedene modi und verschiedene textelemente die alle möglichkeiten bieten für eine analyse also erstmal zu verstehen um was geht was sagt der text aus was welche inhalte vermitteln die bilder dementsprechend können dann durch rezeptive vorgehensweise und in einem späteren schritt auch produktive ansätze kann digitale text souveränität entwickelt werden eben das lernende lernen einmal nicht nur auf die bilder zu gucken sondern auch auf den text die miteinander zu vergleichen und dementsprechend bieten bietet auch social media eine möglichkeit literarische kompetenzen ganz allgemein aber in einem digitalen kontext zu fördern wie jetzt in der englisch didaktik arbeiten allerdings jetzt nicht mit was ich jetzt nicht klassischerweise sage ich mal als text oder auch nicht jetzt unbedingt als klassischen digitalen text bezeichnen würde sondern wir arbeiten noch mit einer sage ich mal komplexeren digitalen technologie wir arbeiten mit vr brillen beziehungsweise immersive virtual reality und aber auch hier wir haben in unserem teilprojekt da komme ich wahrscheinlich nachher dann noch zu sprechen aber ich kann sie hier schon mal kurz aufhören arbeiten wir mit zwei dingen also einmal mit den digitalen technologie vr brillen und zum einen aber mit einem inhaltlichen fokus thematisieren wir global citizenship education beziehungsweise in deutschland ist häufiger der begriff bne bildung für nachhaltige entwicklung der der verwendung findet einfach gesagt es geht darum globale themen zu adressieren und globale kompetenzen unter jugendlichen zu entwickeln im fremdsprachenunterricht anhand von vr technologie das heißt wir haben zwei vr in unserem projekt wir haben uns einmal angeguckt und wenn ich sage wir meine ich jetzt im kontext fremdsprachen meine mitarbeiterin michelle zirkel und mich haben uns einmal apps angeguckt die es bereits gibt oder spiele die man mit diesen vr brillen spielen kann in diese welt und virtuellen die man tauchen kann und dann überlegt wie kann man die einsetzen im englisch unterricht um eben digitale souveränität zu entwickeln anhand dieser apps und da könnte man sagen dass man diese apps oder spiele auch you treat them as a text sozusagen vereinfacht gesagt um dann auch zu gucken welche welt wird dargestellt in dieser app es gibt da beispielsweise eine app die nennt sich bring traveler mit der lernende an verschiedene in verschiedene national parks zum beispiel im englischsprachigen ausland sagen wir mal reisen können und sie begeben sich dann in diesen national park anhand von bring travelers sind dann in dieser welt und können auch mit einem walkie talkie sprechen das heißt mit der kai basierten sprecherin und fragen stellen zu diesem park und sich auch über öffnungszeiten und so weiter informieren sprich einfach kommunikative kompetenzen trainieren aber darüber hinaus können sie auch inhalte thematisieren und mit dieser kai in kontakt treten und fragen stellen beispielsweise zur berücksichtigung der indigenen völker aus diesem naturschutzgebiet um auch nicht nur dieses spiel jetzt als spiel zu verwenden das macht ja spaß ich kann mir verschiedene dinge ansehen sondern auch um zu reflektieren okay welche inhalte kann ich damit was kann ich an wissen dazu lernen und wie kann ich auch kritisch reflexiv mit dieser ab umgeben und wenn ich die brille absetze zu überlegen okay was wurden mir denn an inhalte vermittelt über diese wurden alle perspektiven berücksichtigt was konnte vielleicht die kai nicht beantworten weil da gibt es situationen wo dann einfach gesagt wird eben quasi ein sorgia kann und answer this question so why is that warum ist das und was können wir also was können wir hier an quasi lerngelegenheiten bieten das ist eine fragestellung die uns begleitet in unserem projekt das ist die eine der einen bereich und das andere was wir in dem kontext machen und wo auch mit digitale souveränität aber jetzt weniger text souveränität an konkreten texten sondern eben anhand von vr eine rolle spielt ist im bereich der produktion und kreation und auch kreativität wir arbeiten mit einer taiwanesischen firma zusammen und haben hier eine software die wir gerade ja mit ihnen auch weiterentwickeln und ausprobieren dürfen im projekt kontext und da arbeiten wir mit cardboard brillen ich habe hier eine liegen die sehen so aus also wie gesagt kann man einfach die vorne einklappen und anhand einer app mit dem eigenen smartphone dann in eine virtuelle welt eintauchen und das potenzial in dieser software ist beispielsweise das lernende ganz einfach mit dieser software eigene virtuelle realitäten virtuelle erstellen können das heißt sie werden hier produktiv handeln das heißt wir haben einmal in unserem projekt eben den fokus wir schauen uns die apps an nutzen die für sprach fremdsprachen lernen und auch für eine kritische reflexion und zum anderen wir setzen diese software ein und wirklich auch diese produktion voranzutreiben und lernen dann eine möglichkeit zu bieten mit diesen technologien ihre fremdsprachlichen fähigkeiten und anzuwenden und darüber hinaus sowohl was das funktionale betrifft digital souveräner zu werden als auch was die kritisch reflexive haltung betrifft wobei hier wir hier dann natürlich gute aufgaben gute tasks und lehrkräfte brauchen die wissen wie sie ihre lernen natürlich einladen anleiten können um eben die digitale souveränität anzuschauen und das ist das was wir jetzt nur exemplarisch um euch zum beispiel zu geben was wir in unserem teilprojekt machen und wie wir versuchen eben diese konzepte diese ideen von digitaler souveränität das ist jetzt text souveränität genannt ich habe es jetzt auf vr bezogen weil sich das schon wunderbar auch übertragen lässt womit wir arbeiten und da geht es wieder wie gesagt eben auch einmal diese nutzung und das funktionale und das kritisch reflexive wenn man stark einfach darstellen möchten wir kommen eigentlich immer wieder und das finde ich ganz schön auf zukunftsperspektiven es geht um zukunftstechnologien virtual reality wurde ja auch immer als the next big thing bezeichnet es ging um future skills frank davon hast du viel geredet und auch wenn wir ganz konkret technologische future skills nicht vorhersehen können hast du deutlich gemacht mit welcher ausstattung man aber eventuell sozusagen flexibel mit denen umgehen kann in der zukunft ein wesentlicher bestandteil der zukunftsprägend ist ist aber auch zukunft mit zu entscheiden und zwar indem man in einer demokratie wählen geht und das ist ja der inbegriff von souveränität jedenfalls in sehr sehr vielen geschichtsbüchern wird es so hergeleitet als ich das erste mal wählen durfte trat edmund stoiber als kanzlerkandidat an und nichts wäre schlimmer gewesen als ein csv kanzler die europa war vor drei wochen hat uns gezeigt dass so ein typisches linkes wählerverhalten von jugendlichen wie es das noch vor einigen jahren tatsächlich vor einigen jahren ist tatsächlich nicht ganz richtig also vielleicht vor zehn jahren vor 15 jahren noch gegeben hat dass es das nicht mehr gibt für alle die die es nicht mehr ganz auf dem zettel haben will ich es noch einmal sagen 17 prozent cdu csu 16 prozent für die afd bei den 16 bis 24 das ist eine erkenntnis ein drittel der jungen wähler innen machen ihr kreuz aber auch bei den kleinen parteien das ist die zweite erkenntnis und jetzt könnte man sagen was ist jetzt hier der punkt es geht ja um digitalisierung und die wahl an sich ist sehr analog wir machen unser kreuz mit dem stift ich möchte zum punkt kommen und euch sagen warum ich möchte dass wir da gemeinsam noch mal drauf schauen auch wenn wir keine politik wissenschaftler innen sind und keine journalistinnen denn diese wahl entscheidung die ist ja digital gefallen auch wenn der wahl vorgang analog ist und besonders eben bei den 16 bis 24 jährigen und das zeigen nicht nur die ergebnisse der afd sondern eben auch zum beispiel die ergebnisse der partei volt die er mit sieben prozent auch ein staatliches ergebnis bei den 16 bis 24 jährigen erreicht hat und beide diese parteien sind sehr aktiv im netz frank wie kann oder vielleicht sogar wie muss demokratiebildung vor diesem hintergrund aussehen dass es erstens einen wirklich hohen erschreckenden anteil für diese rechtspopulistische und rechtsextreme partei gibt und zweitens dass es soziale medien sind die die wahlmacher sind wie weiter wenn ich jetzt den eindruck vermitteln würde ich hätte die lösung dann wäre ich nicht mehr lange hier sondern hätten also wir wissen es nicht ganz genau ich fürchte das ist die erschreckende antwort wir wissen es nicht ganz genau wir sind noch dabei uns auch in dieser realität einzufinden wir haben aber so ein paar hinweispunkte also wenn wir mitbekommen dass die afd alleine so viele tik tok follower hat wie alle anderen parteien zusammen dann spielt reichweite eine rolle das ist jetzt für leute die aus medien kommen jetzt nicht so wahnsinnig neue neue medien bringen neue reichweiten mit sich neue zielgruppen das war bei der einführung des buchs des radios und des films genauso die halt eben selektiv genutzt werden wir haben diese eigengesetz mäßigkeiten staller war vorhin schon angesprochen algorithmizität wo sich emotionen eben durchsetzen wenn diese junge zielgruppe die häufig online unterwegs ist die all diese möglichkeiten nutzt mit emotionalisierenden content eben gefüttert wird und das spreche jetzt wirklich mal gezielt von gefüttert weil das ist keine emanzipative grundhaltung die da bei einigen rechtspopulisten dahinter steht sondern da werden eben ganz bewusst auch ressentiments gefördert dann dann ist das eine soziale soziale realität wie wir darauf reagieren da gibt es mehrere möglichkeiten also erstens mal ich weiß tik tok ist ein sehr kontroverser anbieter und wir wissen nicht ganz genau was mit den 600 datenpunkten passiert die pro minute bei tik tok aufgenommen werden weil über die forschungs apis wird nur ein zehntel davon ausgespielt also neunzehntel landen bei irgendwelchen anderen hören die wahrscheinlich in china sitzen aber solche realitäten digitale realitäten sollten wir nicht ganz außen vor lassen die gibt es und wenn die halt einseitig gespielt werden es war schon immer so dass die porno branche und extremisten immer early adopters waren von neuen medialen möglichkeiten das bringt uns ein bisschen unter zugzwang und vor die frage sollen wir da jetzt auch alle mitspielen obwohl das geschäftsmodell wie gesagt kritisch ist das andere ist tatsächlich ganz ganz klassische bildungsantworten wirklich diese reflektion darüber all das was wir vorhin schon gesagt haben über medien nachdenken stimmt das was da passiert und da vielleicht noch eine ergänzung zu dem was theresa vorhin sagte als ehemaliger deutscher kann wenn ich natürlich sofort bei der textanalyse wird aber gerne als kunstfan noch die bild und die bewegt bildanalyse gerne hinzufügen die ja dann auch wiederum textualisiert werden kann wir haben es halt in diesen medien den sehr kurzen aufmerksamkeits zyklus bedienen die sehr schnell geschnitten sind etc sehr stark mit emotionen zu tun mit mit immersiven welten die suggestiv wirken und die halt auch für propagandazwecke missbraucht werden können wir brauchen da so ein bisschen eine journalistische ausbildung für junge menschen dass sie zu chefredakteuren ihres eigenen medienkonsums werden weil dieses angebot das werden wir nicht wegbekommen das internet ist gekommen um zu bleiben aber da sinnvoll und dann auch wieder souverän mit umzugehen eben auch noch mal was anderes zu lesen andere kanäle pro aktiv aufzusuchen und nicht nur meinem stream zu folgen und nur weil ich mich einmal für ein schulreferat für den islamischen staat interessiert habe dann danach von salafistischer propaganda erschlagen zu werden dass es geben diese diese journalistische grundfähigkeit souverän mit den medien umzugehen sich proaktiv die dinge auch zu überlegen was interessiert mich wirklich oder werde ich hier nur unterhalten wo kann ich mich da auch weiterentwickeln oder es ist einfach nur zeit vertreibt den ich hier gerade betreibe das sind tatsächlich klassische bildungsinhalte und da kann pädagogische einrichtungen schule oder außerschulische bildung einen sehr großen beitrag dazu leisten und dann haben wir vielleicht noch nicht die demokratie gerettet aber wir haben wenigstens junge menschen mit dem teil den wir beitragen können dazu befähigt es gibt sich auch andere instanzen politik wissenschaften vielleicht schaltet sich der verfassungsschutz auch irgendwo bei dem einen oder anderen akteur ein die dann in ihren zuständigkeitsbereichen mit ihren möglichkeiten vielleicht dafür sorgen dass wir da weniger polarisiertes bild der wirklichkeit in den digitalen medien abgebildet haben unseres als pädagogische einrichtung ist eben einfach ich sage es mal mit hartmut von handy die dinge klären die menschen stärken und das ist finde ich unser auftrag und da leisten wir auch demokratie förderung damit wir können also das tun was so hast du es eben formuliert das was wir tun können theresa die abschlussfrage wie weit sind wir mit dem was wir tun können in fünf jahren wenn wir an digitale souveränität souveränität von schülerinnen und schülern denken ich denke wir sind mittendrin und je nach perspektive vielleicht auch erst am anfang wenn wir jetzt gerade an entwicklungen im bereich von ki beispielsweise denken und literacy und data literacy mit dazu deswegen ich würde sagen wir sind auf jeden fall auf einem guten weg ich bin da grundlegend erstmal optimistisch ich denke sie natürlich risiken ich sehe die gefahren ich denke was für schule und unterricht und bildung insgesamt sehr wichtig ist dass wir auch menschenrechte thematisieren das ist ein begriff der heute noch nicht gefallen ist aber gerade jetzt im politischen kontext johannes die du jetzt angesprochen hast ist das denke ich ein ein aspekt das bildet die grundlage das sollte die grundlage für unser zusammenleben auf dem planeten erde zumindest darstellen und daran auch kinder und jugendliche immer wieder zu erinnern im fachunterricht an der schule ist denke ich sehr sehr wichtig und das muss uns auch mutig machen zu sagen wir gehen auch mal mit kontroversen themen im unterricht um und sie beziehen eben digitale souveränität als ziel kompetenz ganz grundlegend als rahmen modell als grundlage verwenden das also ich denke dass wir da dann in fünf jahren einen schritt weiter sind und und aber es ist stets ein prozess ich denke das wird nie abgeschlossen sein weder für lehrkräfte noch für schülerinnen und schüler und auch nicht für die wissenschaft sondern wir können einen beitrag leisten müssen dranbleiben und dementsprechend alles geben was in unserer macht steht um hier einen beitrag zu leisten vielen dank für dieses spannende und aufschlussreiche gespräch auch ich als deutsch und kunstlehrer habe heute echt viel mitgenommen das hat großen spaß mit euch gemacht ich danke euch für eure zeit theresa und frank und wir sehen uns hoffentlich bald wieder vielen dank tschüss